Ich bin befördert worden. Ab 1.10.1985 Leiter der Technischen Abteilung. Es handelt sich hier lediglich um eine Befragung zur Klärung eines Sachverhalts. Werde ich irgendwelcher Verbrechen beschuldigt? Haben Sie welche begangen? Nein. Wen wollte Ihre Frau in der BAD besuchen? Das steht doch da drauf. Ich hab Sie nicht gefragt, was da draufsteht. Mein Schwiegervater hatte einen Schlaganfall. Glauben Sie denn, wir sind auf der Wassersuppe hergeschwommen, oder was? Mit so einer wie der werden Sie es drüben sowieso nicht schaffen. Sie müssen den Antrag immer wieder stellen. Und zwar alle beide. Hast du dir eigentlich mal überlegt, was uns darüber erwartet? Hat Ihre Frau denn wirklich geglaubt, dass hier jeder so einfach mal eben so in die BAD fahren kann, oder was? Wir schaffen das. Wissen Sie, wonach das riecht? Nach geplanter Republikflucht! Ich habe nie an Republikflucht gedacht, und das wissen Sie! Sie sind ein Diversant, ein Verräter, nicht mehr! Und das als Parteimitglied! Natürlich bin ich nicht überzeugt davon, ich will hierbleiben! Dann lassen wir es eben! Da schreiben Sie und dann können Sie gehen. Ich liebe meine Frau, ich kann das nicht. Tja, dann ist es Schulz. Und dann ist es Schulz. Und dann ist es Schulz.